Hallo, heute stelle ich euch eine weitere Passchallenge vor. Dafür braucht ihr einen Tennisball oder ein paar Socken und einen Korb, den ihr wieder am Boden eures Zimmers platziert. Dann geht ihr zwei große Schritte zurück, dass ihr ungefähr zwei Meter vom Korb weg seid und werft jetzt mit einer Hand durch euer Bein in den Korb. Die Aufgabe ist jetzt, so viele Treffer wie möglich in der angegebenen Zeit zu erzielen. Geht alles! Geht alles!